Und zum Gedudeln dieser wunderbaren Musik darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier zu einer neuen Folge Unreal Tournament. Ja, ich gebe zu, lange nichts mehr davon gesehen und auch die erste Folge mit dem neuen Mikrofon, by the way. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt zusammenarbeitet. Ich habe jetzt an den Einstellungen nicht großartig rumgebastelt, außer die Musikleise gemacht, weil die hat mich gerade ein wenig erschlagen. Weil es schnell gehen soll, machen wir eine Singleplayer-Challenge und zwar, wo ist er, wo ist er, Captain Shed the Flag in Facing Worlds auf Easy, um sie zu starten. Und heute habe ich auch einen Gast dabei, er spielt zwar nicht mit, sondern wird nur meine Tode kommentieren und mitzählen und zwar der gute Tobi. Bonjour. Gib mal deinen Tipp ab, wie oft gehe ich jetzt in den nächsten 20 Minuten drauf? 12. Okay, das, ja. Die gute 12. Schauen wir mal. Wir spielen Capture the Flag gegen Bots. Leider. Das ist hier leider. Auf meiner Lieblings-Map in Unreal Tournament 4. Die heißt übrigens Facing Worlds. Sollten die, die das länger spielen, eigentlich wissen, ist die legendärste Map. Ach, da sind ja meine Gegner. Einmal weg. Zweimal weg. Oh, wieso habe ich jetzt einen Sniper? Ich will keinen Sniper. Wobei. Und die haben... Oh. Mich hat auch ein Headshot erwischt. Toten Mainz. Oben vom Sniper-Turm runter. Aber komm, jetzt gehen wir mal in den Offensiv-Angriff und holen uns mal die Flagge. Ah, ne, die kommt schon. Das einfache Capture the Flag. Ja, ähm, würdest du... Vielleicht bitte... Euch geht's zu gut. So. Oh nein. Tod durch runterfallen von der Map. Nummer 2. Und wir spielen gar keine 20 Minuten. Sondern nur 10. Wow, dann ist meine 12 auch ungültig. Über die drauf, nein. Ich weiß jetzt nicht, ob die E-Aktion jetzt Absicht war oder nicht. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ach, wirklich? Das war knapp. Das war knapp. Du weißt, es gibt hier einen Redeemer. Was hat man das? Gib mir meine Link ganz zurück, bitte. Oder so. Und... Ich bin tot. Das müsste jetzt Tod Nummer 4 sein, theoretisch. Wo ist unsere Fahne, ne? Da. Du fliegst natürlich im Nachhinein noch nicht das Counter an. Jetzt läuft der weg. Jetzt werde ich über... Ich rate mal, was ich in der Verteidigungsposition habe. Ich rate mal, was ich in der Verteidigungsposition habe. Ja? Ja? Ja. 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 Wieso kommen die jetzt gerade eigentlich vom Gegner-Team mit der blauen Fahne wieder zurück? Ich bin übrigens wieder gestorben. Und das steht nach der ersten Hälfte 1 zu 1. Mhm. Also ich sehe schon, wir müssen jetzt gleich ein wenig aktiver werden. Ich würde sagen, danach spielen wir noch eine Runde Blitz. Dann sind wir bei insgesamt 18 Minuten und dann passt das. Ach, brauche ich nicht. Ich brauche keine Rüstung. Wer braucht denn Rüstung? Oder? Brauchst du Rüstung, Joby? Ich habe Rüstung. Also wer braucht denn noch externe Rüstung? Ich bin bitte, ich habe Rüstung. Das ist altmodisch. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Du findest, dass du nicht fliehst? Ja, super. Rüstung mit Rüstung oben drauf ist das doch praktisch ein Rüstung Sandwich also ich bin runtergefallen zählst du noch es müsste jetzt Tod Nummer 7 oder so gewesen sein so so Oh Gott. Nehmen wir das mal mit. Ach komm, nehmen wir das Shock Raffle auch mal mit. Und Health. Health kann nie schaden. Drei, drei, vier, fünf. Der Arme. Hab mich selber in die Luft gesprengt. Großartige Leistung. Das sei mal festgehalten. Geht's noch? Die Flagge bleibt hier. Oh Gott. Tod. Aber durch keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht gibt es den Videobeweis später her. Wieder tot. Ich glaube, mit deiner 12 warst du gar nicht so falsch. Wie kann man in so kurzer Zeit so oft drauf gehen? Ja, ich merke es. Oh. Super. Es steht 3 zu 3 und ist ja noch 20 Sekunden auf der Uhr. Overtime. Es gibt ja auch nur Overtime. Super. Super. Bring einfach die Fahne zurück. Nein, 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 nein. Ach Gott. Wir haben es geschafft. Holy shit. 3 zu 4 nach Overtime. 3 zu 4 nach Overtime. Und nice Musik läuft hier. Muss ich mal anmerken. Also die Musik liebe ich bei diesem Spiel. Allein dafür lohnt sich schon runterzuladen. Und dann sage ich immer wieder dazu, es kostet nix. Hol's euch. Wie gesagt, wenn es ist gratis und nicht kostenlos, würde ich es mir holen. Es ist gratis. Es ist kostenlos. Was ist der Unterschied? Jetzt bin ich gespannt. Es ist gratis und wenn es kostenlos ist, es ist kostenlos. Und der abonniert diesen Kanal. Ja, geil. Achso, es ist Runde 2. Bin ich rot oder was? Ne, ich bin blau. Das ist jetzt hier wieder nicht gegen Bots, sondern gegen echte Spieler. Was wir jetzt sehen, wir sind... Cheater. Cheater, genau. Wir sind jetzt hier in einer laufenden Runde schon drin. Blitz. Die Hälfte ist vorbei. Das macht es mir leichter. Lässt das Video schneller vorbei. Hö, hö, hö. Und das macht es euch leichter. Ihr müsst nicht so lange zugucken. Und nicht so viel von eurer kostbaren Zeit hier verschwenden. Aber dieser Kanal ist ja keine Verschwendung. Das ist ja hier reichhaltige Unterhaltung. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie jetzt hier anwesende Person das Lachen verkneifen muss. Oh, das ist gut. Äh. Oh, shit. Toad. Oh, Gott. Juhu. Ich glaube, wir haben gewonnen. Wir haben verloren. Lass mich mal rechnen. Drei Runden. Ne, ist ja noch. Okay, schön. Also vielleicht ist die Folge doch schneller vorbei, als wir denken. Oh, ihr habt ja eine Frisur. Schaut euch den mal an. Ja, du kriegst den Backup. Ich brauche den Backup. Schrauben in Tunnel. Ich gehe zurück für Hilfe. Ne, Rally, jetzt. Ne, so rum. Beamen wir uns mal durch die Gegend. Diese Runde hat er Rally. Hey. Oy. Oy, oy, oy. Tot. Ich werde die Flagge zurückkommen. war wieder tot meine herren Waaah! Oh, yeah, 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 yeah. 3, 2, 1, verloren. Es läuft heute bei dir. Ja. Aber egal, das macht ja nichts. Es war ja nur noch eine Füllrunde, um auf etwa 20 Minuten zu kommen. Es hat ja gut geklappt. Ja, der Plan ging auf. Ja, habt ihr gut gemacht, Freunde, habt ihr gut gemacht, ich weiß. Naja. Je nachdem. Wie auch immer. In diesem Sinne, wir sind dann am Ende dieser Episode. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Es freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Schaut mal bei dem netten Herrn vorbei, der hier heute mit dabei war. Der Link zu ihm und seinen Kanälen in der Videobeschreibung. Ja, bei dir. Ah. Bei dem gut aussehenden Herrn mit der erotischen Stimme. Ich denke. Total erotisch. Absolut, hier. Und schaut doch mal bei ihm vorbei. Er ist auch auf Twitch aktiv, genauso wie ich. Und auch bei mir auf dem Discord-Server. Link dazu in der Videobeschreibung ganz unten. Schaut da gerne mal vorbei, ich freue mich darüber immer sehr. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Und noch eine schöne Woche. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. D schüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.